Moin Sie Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Daily Vlog. Ich höre einfach auf mit einem neuen Video. Und zwar heute ist Dienstag, von euch aus gesehen. Ihr seht es immer einen Tag versetzt, meine Videos. Und zwar geht es heute Bilder machen. Plus ich werde heute mit meinem Vater nochmal ein bisschen Auto fahren, weil meine Mutter meint, ich kann es noch nicht und ich denke mir so, ich habe ja nicht seit Oktober meinen Führerschein und ich darf ja jetzt eigentlich alleine fahren, denn ich bin ja seit dem 29.06. bin ich ja 18. Und hier würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal Bilder machen mit meiner besten Freundin, die kommt gleich. Der Bus sollte gleich ankommen und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach dann wieder. Hier sehen Sie ein Feld. Hier sehen Sie auch ein Feld. Hier ist überall Feld. Wie sie mit der Kamera so mitläuft. Ich habe jetzt ein neues Mützchen. Sehen Sie hier? Italien. Ein guter Mensch regelt. Ja und wir machen jetzt ein paar Bilder. Da hinten fährt irgendwo ein Traktor. Ich höre ihn. Ja genau da. Da, 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 da. Sieht man ihn? Bin ich gerade blöd? Da, ich so. Gut, wir machen jetzt Bilder. So, ich bin ja schon 18. Der Spielplatz geht eigentlich nur bis 14. Das weiß ja keiner. Ich bin schon groß. Und 18, komm. Ich bin schon groß. Oh, 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 oh. so ich habe jetzt ganz viele bilder gemacht und ich werde jetzt mit meinem vater autofahren gehen bedeutet ich nehme einmal meinen vorzüglichen autoschlüssel denn ich habe jetzt ein eigenes auto bzw das alte meiner mutter das ist jetzt meins und jetzt werde ich mal ein bisschen auto fahren so leute ich bin jetzt mittlerweile auch wieder zurück vom autofahren leider mein vater hat vergessen mich zu filmen danke papa und auf jeden fall werde ich jetzt noch mal zur bank gehen denn ich habe mir noch mal eventuell schuhe gekauft und die muss ich jetzt bezahlen und ich muss sagen mein style gerade ist on point eine champion kappe pulli nike bag jogginghose und diese socken und jetzt kommen noch adidas ultra boost auf die socken wird sich ja sehr erotisch aussehen und ja deshalb würde ich sagen gehe ich jetzt zur bank also ich werde auch gleich dann weiter wieder zocken denn ich bin jetzt stufe 76 deshalb einfach bis gleich so leute kurzes und letztes update von heute abend und zwar ich bin jetzt mittlerweile fast stufe 97 und wenn ich es wirklich nicht schaffe morgen bis stufe 100 wenn ich aber den ganzen tag spiele ich werde morgen früh erst mal ins fitnessstudio gehen da werde ich euch aber wahrscheinlich nicht mitnehmen einfach aus dem grund weil keine ahnung ich meine kamera ungehend mit ins fitnessstudio nehmen möchte was hoffentlich auch irgendwie verständlich ist bedeutet ich werde morgen nur zocken bedeutet ich probiere irgendwie was das beste daraus zu machen dank handy und ja deshalb würde ich einfach sagen wir sehen uns bis morgen bist du